Guten Morgen, dritter Teil von dieser Mission. Wir versuchen verzweifelt, unsere Leute hier reinzukriegen. Wir wollten speichern. Ich wollte speichern, das habe ich gerade noch gesagt. Äh, ja. Weil, ich will ja nicht aus Versehen mit meinem Katapult oder irgendetwas. Oh, die... No! Wo kommen die hier? Laden. Ja? Okay, wieso passiert das? Gibt es einen Grund, warum das passiert? Ja, ich muss es nicht. Nein, das passiert das jetzt. Okay. Also Dinger können lange aushalten, wenn ich sie wahrscheinlich mit 4 Mann heile. Mist. Ja, meine Leute sind auch gerieben hier. Ich glaube, wir überleben das sogar. Ja. 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 So, das war nicht cool, warum hat der denn auf einmal einfach angegriffen so aus dem Nichts. Okay, ich war noch richtig happy, dass ich das ja ganz easy schaffe hier, aber jetzt bin ich nicht mehr so happy. So, wir wollten diese Legionäre mal machen. Sehr schön. So, wir wollten diese Legionäre mal machen. So, wir wollten das nicht mehr machen. Ja, leider hat hier kein Dorfbewohner überlebt. Das Problem ist diese Wand, dieses Ding. Kriegen wir nicht kaputt. Auch nichts mehr, wo ich Reichweite kriegen könnte für. Da muss auf jeden Fall noch mal ein Dorfbewohner mitnehmen, dass ich die mitnehmen kann, um noch mal so ein Militärgebäude zu bauen. Oh, das war jetzt echt ein bespissender Überfall, Leute. Was hab ich hier angeguckt? Das hätte ich gesagt nicht. Halt dich mal mit dem einfach mal da rein. Mal zu schauen. Oh? Ich glaube, ich kann den bis nach Hause kriegen, das Pferd. Oder es ist tot halt. Dann ist es aber auch okay. Okay, was ist noch da? Okay, cool. Das nächste Pferd. Jetzt haben wir schon zwei Pferde. Ey, sind das zwei unterschiedliche? Kann ich die nicht doppelklicken? Na gut, dann halt nur so. Haben wir schon eine schöne kleine Armee hier auch gebaut. Mit. Zack. Und jetzt hier rüber. Wer kann heilen? Wer kann bekehren? Hier, bleib da bitte. Na gut. Na gut. Dann immerhin sind es zwei mehr Tote. Ist auch okay. Der Dorfbewohner jetzt an Bord geblieben. Da, jetzt ist es so schnell, das. Ich bin ein bisschen dran. Da. 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 Okay, da ist vor allen Dingen so ein... Vor allen Dingen ist da ein Markt einfach im Weg. Richtig willkürlich. Okay. Ein Markt ist da also im Weg. So, jetzt packe ich mal auf eine Zweier-Steuer-Gruppe oder eine Einer-Steuer-Gruppe. Ich glaube, wenn dieser Turm da weg ist, werden wir ganz gut zurechtkommen. Jetzt haben wir noch mal irgendwo zwei Einheiten aus dem Nichts und drei Einheiten viel mehr aus dem Nichts geholt. Ich denke, der Bogenschutz wäre cool, wenn der wegkommt. Oh, der trifft! Der trifft! Da ist auch eigentlich nichts anderes zu tun, während wir auf das Katapult warten. Oder Katapulte. Oh, der kickt einer ab. Oh, ne. Wo ist der? Wo liegen die denn hin? Holz... Oh, der trifft! Yes. Kreuz und quer alles hier. Das ist auf jeden Fall noch so eine Rallliste. Das klang als wäre er tot. Sehr schön. Ähm... Auf die drei. Dagegen fuhr, bitte. Hier hinterher. Wir sind ein bisschen in die Ecke gequetscht. Komm, lass noch mal speichern. Ja. Ich meine, wer weiß, was da uns jetzt passiert. Zum Glück pumpt der nicht die ganze Zeit noch in Einheiten hinterher. Das ist mein echtes Problem. Es scheint ja so zu sein, als würde er so ein bisschen auf seiner Anzahl an Sachen sitzen bleiben. Wenn nicht nur Upgrades. Ja, gegen Schussverteidigung. Ich bin Gold. Was? Ups. Auf mal, Pumpschütze! Ho! Wleness? Wicherung! Wich? W bouncing? Wich? 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 Ne, die haben echt keinen Bock, bekehrt zu werden. Die Gelben. Helft ihm. Ich war beurol Anfang. So. Ups. So. Du. So. Sonst du nach vorne gehen. Okay. Nein. Ah. Ah nein. Dumm. Oh no. Wir haben überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ah nööööööhöööö Öx. Na gut. Oh, jetzt habe ich einfach Arschimedes. Arschimedes ist einfach mit dem Stein abgeschossen. Oh Leute, ich habe einfach Arschimedes abgeschossen. Deswegen hat er vielleicht auch mich nicht bekehrt. Arschimedes gar keine Lust darauf hatte. Okay, nächster Versuch. Wir speichern ihn nochmal. Bevor ich Arschimedes wieder in Headshot verpasse, will ich ihn lieber vorher speichern. Und da war eins von meinen Schiffen weg. So. So. Oh! So. So, einfach mit euch da rein. Sie haben gewonnen. Okay. Oh, war das dumm. Leute, war das dumm. Oh, Hannibal. Doch, die armen Braunen hier. Wir hatten noch richtig viele Einheiten, fast genauso viele wie wir. Okay. Hannibal steht vor... Hannibal Anteportas, oder wie? Ja, genau, hier. Hannibal steht vor den Toren. Das einzige Spruch aus Latein, den ich noch kenne. Okay. Die Schlacht von Metaurus. Ähm... Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du auch schon die letzte Mission dann auf Stickrom. Es könnte sein, dass das das letzte ist, was wir in dieser Mission machen müssen. Ähm... Hat mir gefallen. War ein bisschen doof, dass wir an dieser einen Stelle da alles verloren hatten. Das hat uns echt nochmal ein bisschen Zeit gekostet. Aber sonst, ähm... Gute Mission und ich freue mich dann auf die Schlacht von Metaurus. Bis denn. Ciao. 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 тив